n in der beschreiten zielte jahre ich bin auch als 66 ja ich bin aber ein 20er und der wald genetze ich wähle ich will spiel ist geworden und wie viel ich verloren haben ich glaube es steht so ungefähr 300 zu 800 oder so nichts gehört haben sie sie haben nichts gehört ja die ganzen leute da das ist ja unnötig mute die ganzen die die reden die sind so unnötig so kleine kinder homos übrigens dass meine klasse mit der ich hauptsächlich spiel obwohl ich die sekundärklasse irgendwie also sekundär war irgendwie hasse ich hätte eine andere reinhauen ich nehme jetzt die regel reicht so noch nicht so ist gut wie immer das ausschaut wenn wir so übereinander sind ja nur sollten wir an dich oben stehen dort auf in die kinder hat sie meine nachbarn ja so ist die katze von meinen nachbarn auch scheiße mann aber gab es nicht so eine serie doch ja so eine katze so mit so einer arten opa mann wie heißt aber heißt der blablabla kater ja ich liebe aber ich werde voll ablosen wegen legen weil bei legen kann ich nicht sniper spielen und ja ich bin einer von den dupes die sich da am anfang in die ecke stellen und versuchen dadurch in der ersten kälfte kommen da stehen grad 3 so nubs da ja ich auch eben ja sage ich ja 3 so nubs da kommt keiner 9 ich bin tot bei klar Camper-noobs, ey. Was stehens noch da alle in der Ecke? Mach mal ne Offensiv-Klasse, Alter. Nein, Mann. So, jetzt hab ich's Taktik-Messor aufgehoben. Dann komm schon. Da kommen sie ja immer wie die Geier, Alter. Wow, ich hab grad voll Hallus gehabt. Oh, fuck, da hinten ist einer. Nein, den hat schon wieder wer anders be- Ach, fick dich. Oh, Mann. Ich krieg keine Kills, das Game ist scheiße. Wow, fuck. Was? Nein, ich wollt Messern. Ey. Ey, ich fühl mich verarscht. Wirklich, ey. Mann, du hast zwei Kills. Ich hab noch gar keine, doch jetzt einen Loop-Messer-Kill. Wenn du mich verstehst. Ey, du redest ja auch mal was, okay? Das ist unser Kanal, nicht meiner. Ich bin völlig konzentriert. Hä, merkt man deinem Score. 3 zu 1, nicht schlecht. Im Gegensatz zu mir, 1 zu 4. Aber wie gesagt, bei mir, äh, ich bin... Ich bin jetzt überhaupt nicht gewohnt, dass es nur irgendwie laggt, deshalb... Oh, da war doch einer, Alter. Scheiß Messerer, hä? Bei mir lagst du ihn ja auch... Kann ja nicht sein. Ja, die Ausreden. Ja, ich bin immer noch... Okay, dritter. Ist scheiße. Scheiße! Von hinten? Für dich ist das nicht scheiße, Alter. Aber mir lagst du ganz so dermaßen. Wo ist der gerade hingegangen, Mann? Der ist voll verschwunden. Ey, what the fuck. Den schau ich mir jetzt an, Alter. Ja, mit der Brett kommen sie hier, ey. Ey, das geht ja gar nicht, das Game. Boah, die... Ja, endlich, ein Kill. Ja, da hast du's davon. Oh, Gegner! Ja, Kills. Echt jetzt? Ich bin grad voll am ablusten. Wir sind beide letzter, das ist voll peinlich. Und das vor YouTube. Ja, ist mir egal. Das macht trotzdem Spaß. Ey, du müsstest sehen, wie's bei mir grad herum laggt. Aber wirklich, ey. Ist das nicht lustig? Kills. Ja, ich bin vor dir. So ne Scheiße! Ja, ich bin wieder vor dir. Oh Gott! Oh Gott! Oh, so ein Noob, ey. Lass mich ihn auch noch killen. Wir haben die Führung verloren! Ja, war klar. Aber egal. Ich bin nicht letzter, ich bin dritter! Oh nein! Oh nein! Oh nein, 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 nein. Fuck, overpowered, bitch. Das mit den Kill gestohlen, Alter. Das werde ich dir nie verzeihen. Oh, fuck! Ja, ja. I love Hacker. Fühle dich gegrüßt, wenn man sieht, dass du immer nur auf A3 spielst, ey. Allein schon dein Name! Oh Gott! Dieses Spiel! Aber nach der Runde gehen wir, glaube ich, haben wir jetzt erstmal auf... Ey! Nur Messer! Oh, es ist so arg, wenn es lag, Mann. Das ist schlimm. Ja, Mann, loop in your face. Vorräte, Vorräte, wo gehen hin? Wo gehen hin? Oh, da, 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 bei mir. Ey, was kriegt der? Ja, Präzisionslaufschlag ist ganz okay. Oh, oh, oh. Wieso siehst du das? Ja, weil ich direkt daneben gestanden bin. Da habe ich gesehen, was für ein Zeichen ist. Das war Präzisionslaufschlag. Ey, dann bist du wieder über mir, jetzt bist du da besser. Hallo, wir sind gerade ein bisschen am Ablosen. Also, nicht nur wir, auch... Unser Team, nein, jetzt ist wieder unentschieden, ja. Wir könnten noch gewinnen. Wir könnten noch gewinnen, und wenn, dann machen wir den letzten Abschuss. Oder wir sind der letzte Abschuss, falls wir verlieren. Oh, da ist einer! Nein, du Homo! Kleiner Arsch, ey. Ey, wo war der? Irgend so ein Typ hat dich gerade gekillt. Wo war der? Keine Ahnung. Oh, echt noobhaft. Wie ich gerade gestorben bin, so. Ich mache das gerade echt ehrenhaft. Wie ich die Gegner ohne und so. Auf wie viele Punkte geht's? Ja, der hat AC-130, Mann. Auf wie viele Punkte geht's? 7.500. Ja, und ich mache gerade voll die geilen Kills. Du Schwucht, ey. 1.000 Gegner mit dieser Waffe. Oh, fuck! Yo, Predator! Come, let's last kill with Predator. Ey, komm schon, 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 komm schon. Oh, man, schade. Egal, wir haben gewonnen, Alter. Ne, ich hab den zweitletzten Kill gemacht. Lol. Da, schau, bum 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 bum. Oh, noob, Mann. Ich hasse dich, du jude, schau, Mann, der Chef. Ich hasse dich, du jude. Nice. Ja, ich hätte gesagt, wir stoppen jetzt erstmal die Aufnahme. Ja, also dann bis zum nächsten, let's play, ihr Noobs. Ciao. Ciao. Ja, ich hätte gesagt, wir sehen, 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 wir sehen